Musik 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 Die RKZ engagiert sich im Politforum, weil sie überzeugt ist, dass Religion und Politik wichtig sind, auch das Gespräch zwischen den beiden, und weil man auch merkt, dass diese Fragen immer mehr auf die nationale Ebene kommen. Musik Musik Das heutige Vernetzungstreffen haben wir organisiert, weil wir gemerkt haben, nach welchen Jahren jetzt Betrieb, dass es wichtig ist, dass die Information über das Engagement überhaupt noch darüber rauskommt. Und weil das Jahr Wahlen sind und wir finden, es ist gut, wenn die kirchliche Kommunikation sich auch mit diesem Wahljahr beschäftigen. Musik 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 Ich denke, wir sind eben relativ stark, wenn es darum geht, grundsätzliche Sachen vor uns zu geben und eben über Wert zu reden, über Solidarität und so weiter. Aber die Mischung in ganz konkrete, tagesaktuelle Fragen, da sind wir wahrscheinlich oft ein wenig zurückhaltend und könnten noch mutiger werden. Musik 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 Man kann damit rechnen, dass durch das Wahljahr 2019 die Themen in der Öffentlichkeit intensiver diskutiert werden, als das vielleicht nicht in einem Wahljahr der Fall ist. Zum Beispiel das Gesundheitswesen, auch Klimawandel, das Asylwesen und so weiter, dass diese Themen auch ganz sicher werden zur Sprache kommen. Und das ist eine Chance natürlich für die Kirchen, sich dort auch zu positionieren. Zum Beispiel zu sagen, inwiefern sie bei diesen Themen bestimmte Werte vertreten, dass sie eine Güterabwägung vornehmen und sagen, wie aus religiösen Perspektiven in gewissen Themen, wo es vielleicht auch politische Entscheidungen zu fällen gibt, Kirchen sich dort positionieren. Manchmal bedauert es, dass der Entstehungsweg von Stellungnahmen doch beachtlich lange dauert und dass man dort manchmal ein wenig ins Risiko eingeht, dass bis die Stellungnahmen dann bereit sind, ja die Abstimmung eigentlich schon fast durch ist. Also dort würde ich mir hoffen, dass zu diesen Themen, wo die Mitglieder der SPK entscheiden können, dass sie sich äussern wollen, dass wir dort vielleicht zügiger vorwärts machen können mit der Stellungnahme. So wie ich gehört habe, ist glaube ich die Zusammenarbeit RKZ-SEK hier im Käfigturm-Politforum fast ein wenig zufälligerweise entstanden. Mit Monaten Verspätung sieht man jetzt quasi, es hat fast eine etwas prophetische Vorsehung dahinter gewesen. Jetzt sehen wir, dass das Thema Politik und Religion auch von der Politik selber aufgenommen wurde und somit ist das sicher jetzt auch gerade erst recht eine gute Chance, vielleicht mittelfristig oder langfristig etwas hier aufzubauen. Die Kirche soll sich selbstverständlich in die Politik einmischen. Es geht ja um Werte, sie soll auch ihre Werte vertreten, auch in der Politik. Ich glaube, wir haben sehr viele Werte, die wir teilen. Wir haben ein gemeinsames Wertefundament sozusagen. Es ist nachher die Frage, wie eng die Kirche und die Politik miteinander verbandelt sein dürfen. Ich glaube, dort ist es gut, wenn man sich einen Test macht, wenn man einen anderen Staat, eine andere Kirche anschaut. Also sobald man das Gefühl hat, es ist zu eng, dann sollte man vielleicht die Nähe nicht haben. Also man sollte eigentlich so viele Distanz haben, wie man es gesund findet, wenn eine andere Kirche die Nähe zum Staat sucht. Ich finde immer, wie überall, die Kommunikation der Kirche ist sehr defizitorientiert. Ich finde, die Kirche sollte auch mehr ressourcenorientiert kommunizieren. Man hört sehr viel über Kirchenaustritte. Man hört sehr viel über die katholischen Kirchen, über die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Missbrauch. Die Kirche sollte einfach oft versuchen, über all das zu kommunizieren, was sie leisten. Und es sind grosse Leistungen, nach wie vor, die die Kirche überall auf der Welt bringt. Und ich glaube, das ist so der Wert, dass man über das redet. Nicht immer nur über das, was schlecht läuft. Also ein wenig weg von dieser Defizitorientierung.